Wofür ich immer zu wenig Zeit habe? Leider für meine Familie derzeit. Fußballer, die mir imponieren? Zlatan, ich brauche immer wieder. Vor- oder Nachspeise? Nachspeise. Mein Lieblingsplatz in Wien? Mein Zuhause, meine vier Wände. Ein Musikvorschlag für die Kabine. Da haben wir einen Sonny, der ist ein sehr guter DJ. Ich bin gar nicht so wählerisch. Mein persönliches Ziel? Einmal das rot-weiß-rotetrikot rüberzuziehen dürfen. Das Schönste an meinem Beruf? Gemeinsam mit den Fans, die Erfolge feiern können zu dürfen. Latte oder Stange? Stange. Not work.